GamerWG, wir lieben unsere Spiele. Vorher, Buhu fangen. Nicht abhauen, nicht! Schön hier bleiben. Super! Guck mal, ich habe so einen von Zim für dich, du hast schon mal von... ja... Der labert gerade die ganze Zeit das gleiche. So, 20 haben wir schon, 30 fehlen nur noch. Das ist doch schon mal sehr gut. Sollten wir jetzt wirklich mit der Wahrsage reden können. Und dann sollte es auch weitergehen. Hoffe ich mal. Oh, pampeln nicht rum hier. Ja, es ist so anstrengend. Wieso kommt sie nicht? Ich checke es nicht. Okay, vielleicht muss ich wirklich was mit Feuer machen. Habe ich da irgendetwas anzünden oder so? Oh. Hm. 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 Oh! noch nicht. Müssen wir erst mit Toad reden, oder was? Ach, Mensch, du. So, dann einmal zu Toad, bitte. Ohne, dass uns die Tür erschlägt. Ich hasse ihn. Übrigens, ich habe eine Idee, was du mit Marios Sachen anstellen kannst. Ich bin schon im Bilde. Mario hat fünf Dinge verloren. Eine Mütze, einen Handschuh, äh, 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 äh. Ja, Zukunft, holo holo. Mhm, 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 mhm. Jo, das wissen wir ja jetzt schon. Deswegen habe ich es auch einfach durchgeskippt. Ich wollte nur noch mal die Information haben. Kann sein, dass es nur da ist, wenn man das dann, ja, halt, weiß. Auch wenn man sie halt schon getroffen hat. Aber naja. So. Erscheinst du jetzt zu uns? Ich glaube, die mag mich nicht, ey. Gut. Machen wir unser Leben erst mal irgendwie voll. Irgendwie. Keine Ahnung. Will das Ganze nicht, wie ich das will. So, wo kriegen wir jetzt gerade den Leben her? Das ist eher das hier. Vielleicht, wenn wir einfach resetten, ist das dann wieder da, das Herz. Das wäre bombastisch. Ich wüsste gerade echt gern, warum sie nicht auftaucht. Ich meine, ich mache ja Licht auf die Kristallkugel, wie wir es auch beim ersten Mal gemacht haben, wo wir sie ja dann getroffen haben. Verstehe ich nicht. Ja, Herz kommt wieder. Gut, dann machen wir das Ganze einfach noch mal, damit wir 100% haben. Sicher ist sicher. Dann müssen wir nämlich nicht nach dem Partline-Treffern direkt wieder Herzen holen gehen. So, dann noch mal nach oben. Das speichern wir kurz. Und dann hoffen wir mal, dass es endlich weiter geht. Ah, viertes Zimmer. So, dann einmal bei Toad speichern. Und dann hoffe ich, dass die blöde Kuh endlich auftaucht. Weil Schlüsse oder so haben wir ja glaube ich nicht mehr. Und wir haben ja alle Sachen. Mal hoffen, dass die Olle jetzt auftaucht. Komm, die verarscht uns doch hier. Eine wirklich hübsche Kristallkugel. Diese Kugel schimmert so schön, wenn Licht auf sie fällt. Ich frage mich, ob das auch mit dem Licht meiner Taschenhabe funktioniert. verarschen. Egal, sie ist da. Tch. Nanu, was ist das für ein Gegenstand, den du mit dir führst? Willst du ihnen bitte Madame Le Caron zeigen? Was ist denn das? Sieh an, Marius' Handschuh. Aha. Es ist, er ist immer noch feucht vom Angstschweiß. Wie, Moment mal, sagte ich gerade Mario? Es ist doch nicht etwa der Mario? Ah, ich sehe nun, ich sehe ja, ich sehe ja alles. Also habe ich das schon zuvor gesehen, aber jetzt sehe ich es so richtig. Dann bist du also der Bruder der, des berühmten Mario. Und du bist hergekommen, um ihn zu finden? Du bist ja ein toller, kleiner Bruder. Hahaha. Schluck, Prost, Pardon. Ich lache zu viel. Oh ja, sie kommen. Die Geister erscheinen. Kommt herbei, Geister der Macht. Zeigt euch, Geister des Sehens. Lasst mich blicken auf die gar schrecklichen Dinge, die sich da heute Nacht zutragen mögen. Gläserne Kugel, Symbol meiner Familie. Befähige dich, deiner dunklen Mech, der um uns alles zu enthüllen, was du könntest, äh, ich meine natürlich kannst. Enthülle uns alles, was du kannst. Zeige uns diesen Mario. Das Licht der Geister nährt dich. Gewährt uns einen Blick. Oh, Murmel. Ich sehe, dass dein Mario noch existiert. Nun, zumindest ist er nicht in der Geisterwelt, aber man kann auch nicht gerade sagen, dass er lebt. Haha, zum Tod lachen. Pardon, verzeih bitte. Wo ist er? Wo steckt er jetzt? Oh, die Geister höhlen sich und schweigen. Oh, mehr kann ich dir im Moment nicht erzählen. Bring mir einen weiteren Gegenstand und zeige ich dir dein Bruder. Äh, sein Objekt spricht jedenfalls nicht länger zu uns. So, dann nächstes bitte. Na nun, was ist das? Huluhulu? Bla bla. Na, das ist doch Marios Schuh. Du meine Güte. Die Sohle sieht aus, als wäre er tausende von Meilen damit gelaufen. Oh ja, sie kommen. Die Geister erscheinen. Kommt herbei, Geister, der macht. Zeigt euch, Geister des Sehens. Lasst mich blicken auf die gar schrecklichen Dinge, die sich da heute nachts zutragen mögen. Lese eine Kugelsymbole meiner Familie, befehle bla. Hala, Hala, Hala. Wenn du, was du hinst, zeige uns diesen Mario. Das Licht der Geister nährt sich. gewährt uns einen Blick. Oh Murmel, dein Mario wird gefangen gehalten. Doch wo? Wo nur? Das ist hier die Frage. Ja, ein Gemälde. Dein Mario wird in ein Gemälde festgehalten. Meine Kugel zeigt einen seltsamen Altar und mach schon, du dämliche Kugel, genau darüber. Der Mario steckt in einem Bild fest. Oh je, ich kann mich nicht konzentrieren. Die Geister, sie verlassen mich. bring mir mehr Fundstücke von Mario, wenn du mehr über ihn erfahren möchtest. So, dann mal das nächste. Nanu, was ist das für ein Gegenstand? Halla, Halla, Halla. Ein Brief, her damit, ich werde ihn sofort durchlesen. Äh, das geht schon in Ordnung, schließlich bin ich staatlich geprüfte Diplom-Briefleserin. Interessant, hm, mal sehen. Halte nach, huhu, Ausschau, Luigi. Ist das alles nicht gerade ein Geschichtsschreiben, dein Mario? Und was für eine Sauklaue das ist. Oh ja, sie kommen, die Geister erscheinen. Kommt herbei, Geister der Macht, zeig euch, Geister des Sehens. Lasst mich blicken auf die gar schrecklichen Dinge, die sich da heute Nacht zutragen mögen. Sieh seine Kugel, Symbol meiner Familie, befähige dich, deine dunkle Mächte, um uns alles zu enthüllen, was du könntest, äh, ich meine, natürlich kannst, enthülle uns alles, was du kannst, weißt. Ich hab das jetzt sofort übersehen. Zeige uns diese Mario, das Licht der Geister nähert sich, gewährt uns einen Blick. Hör zu, hörst du, die innere Stimme deines süßen, geliebten Mario, Schrecklass nach, was ist das? Ein König, König Bu-Hu. Und wer ist dieser König Bu-Hu? Keine Ahnung, was er meint, aber nimm dich in Acht vor, König Bu-Hu, das möchte dir dein Bruder mitteilen. Oh ja, ein Bu-Hu, der eine Krone trägt, verstehe. Das ist König Bu-Hu, verstehe. Er hat also deinen Bruder, äh, deinen Mario entführt. Äh, mehr vermag ich nicht zu sagen, die Geister haben mich zu ihm verlassen. Nächstes, Anu, was ist das für ein Gegenstand? Was ist denn das? Aber das ist doch Mario's Stern. Nicht von dieser Welt, dafür aber schillernd und wunderschön. Oh ja, sie kommen, die Geister erscheinen. Kommt herbei, Geister der Macht. Zeigt euch, Geister des Sehens. Lasst mich auf, die gar schrecklichen Dinge, die sich heute nachzutragen mögen. Gläserne Kugelsymbol in meiner Familie, befähige dich deiner dunklen Mächte, um uns alle zu enttönen, äh, was du könntest, äh, ich meine natürlich kannst. Enttöne uns alles, was du kannst. Zeige uns diesen Mario. Das Licht der Geister nähert sich. Gewährt uns einen Blick. Aha, ich kann es hören. Dein Bruder Mario, er ruft nach dir. Wie? Die Kräfte der Buhus? Du möchtest uns etwas über die geheimnisvollen Buhukräfte mitteilen? Oh Murmel, die Buhus haben wahrhaft seltsame Kräfte. Wenn sie sich zusammenrotten, werden ihre Kräfte stärker. Allerdings fürchten sich vor Allerdings, sie fürchten sich vor deinem saugstarken Schreckweg 0816. Uff, ich fürchte, meine Kräfte reichen gerade noch aus, um einen weiteren Fundstück deines Bruders zu erkunden. Meine Kraft schwindet. So, dann kommen wir zum Mützen-Item. Anu, was ist das für ein Gegenstand, den du da mit dir führst? Wirst du ihm bitte Madame Lecaro zeigen? Was ist denn das? Wenn das nicht Marios Mütze ist, warum ist sie nur so sauber? Ganz so, als käme sie aus der Wäscheschleuer. Oh, pardon, manchmal neige ich zu dramatischen Ausbrüchen. Musst du wissen. Oh ja, sie kommen, die Geister erscheinen. Kommt herbei, Geister der Macht. Zeigt euch, Geister des Sehens. Lasst mich auf die gar schrecklichen Dinge, die sich da heute Nacht zutragen mögen. Gläserne Kugel, Symbol meiner Familie, befähige dich deiner dunklen Mächte und um uns alles zu enthüllen, was du könntest, äh, ich meine, natürlich kannst. enthülle uns alles, was du kannst. Zeige uns diesen Mario. Das Licht der Geister nährt sich. Gewährt uns einen Blick. Ah, die Geister kehren zu mir zurück. Ich sehe, ich sehe, ich kann deinen geschätzten Mario sehen. Das Szenario entfeidet sich vor meinen Augen. Was ist das? Bowser? Wie ist das möglich? Ich sehe diese grässliche Fratze von Bowser. Befindet sich Bowser etwa in dieser Villa? Das kann ich kaum glauben. Und doch, die Kugel lügt nicht. Ich dachte, Mario hätte Bowser ein für allemal geschlagen. Hat es König Boho irgendwie geschafft, Bowser wiederzubeleben? Das wäre ja furchtbar. Nun zumindest für dich. Uff, äh, tja, die Kräfte verlassen mich. Die Geister schwinden. Mehr kann ich nicht für dich tun, Luigi. Damit sind meine Kräfte erschöpft. Aber ich habe dem Worte verliehen, was mir die Geister zeigten. Nun kann ich ausgeglichen in meine Gemälde zurückkehren. Saug mich nun auf, du Staubsauger schwingender Schlingel. Ah, endlich kehre ich in Frieden in mein Gemälde zurück. Ach, diese kraftvollen Ölfarben Ölfarben. Ich danke dir. Ich danke dir, gütiger Luigi. Wüsste ich mal gern, warum sie sich dennoch wert. Ich hoffe, die wirft keinen Pilz ab. Sie wirft tatsächlich einen Pilz. Aber beim ersten Mal gekriegt. haben wir ja auch noch einen Boku drin, den holen wir uns natürlich gleich. Auf Freude, die ganzen Perlen aufheben. Und den Schlüssel, den Schlüssel, ja, den nehmen wir auch noch mit. So, dann werde ich mir eben was Neues trinken einschenken. So, der Schlüssel sollte uns dann mal am Dachboden weiterbringen. Das war der Fake. Wo haben wir den richtigen Geist? Okay, der Geist heißt Luigi. Oh, der ganz drüben. So, haben wir dich auch. Nummer 21. Gut gemacht. Da ich dich gerade beim Groß reinmachen erwische. Es würde bestimmt nicht schalen, wenn du dich auch um die Pflanzen der Villa kümmern würdest. Du kannst dir sicher denken, was ihnen gut täte oder nicht. Okay, du kannst mir jetzt, ja, das ist die Pflanze, die wir schon gegossen haben. Können wir mal vorbeischauen, ob sie schon ausgewachsen ist. ausgewachsen ist.